München München gehört zu den beliebtesten Wohnorten in Deutschland. Die Landeshauptstadt ist ein erstklassiger Wirtschaftsstandort, an dem sechs der 30 DAX-Konzerne ihren Sitz haben – so viel wie in keiner anderen deutschen Stadt. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und ein breites soziales und kulturelles Angebot. Und in einem der schönsten und ältesten Münchner Stadtteile entstehen jetzt unsere Neubau-Eigentumswohnungen. Also, herzlich willkommen in Altperlach, einem traditionsreichen Stadtteil Münchens, der bereits im Jahr 790 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Wir, die Münchner Bauträger Demos und Induvo, sind überzeugt, hier mit unserem neuesten Bauvorhaben Perlacher Grün eine Wohnanlage zu schaffen, die den Wohnbedürfnissen der künftigen Bewohner in vorbildlicher Weise Rechnung trägt. Schon bei der Planung war es uns sehr wichtig, dass sich die Anlage harmonisch in die weitläufigen Park- und Grünflächen der Hocheckerstraße einfügt. Dabei fallen die attraktiven Gebäude durch ihre klar gegliederten Fassaden mit Balkonen, Lodgien und Terrassen auf. Auch unsere Architekten haben großen Wert darauf gelegt, mit bodentiefen Fenstern das offene Landschaftsbild in die Wohnräume zu transportieren. Zwischen den beiden Gebäudekörpern der Wohnanlage Perlacher Grün entstehen einladende Freiflächen und Gartenanlagen für unsere zukünftigen Bewohner. Mit Spielplätzen, Blumenbeeten und einem Naschgarten mit Obstbäumen bieten sie einen Mehrwert für die freie Zeit unter freiem Himmel. Besonders stolz sind wir auf die mit unseren Architekten erarbeiteten hervorragenden Grundrisslösungen und die ausgezeichnete Ausstattung, die kaum noch Wünsche offen lässt. Sie zeigt zum Beispiel Parkettböden in allen Aufenthaltsräumen, Rollläden an allen Fenstern, Echtglas-Duschabtrennungen und Videotürsprechanlagen. Alle Wohnräume sind hell und offen bei einer Raumhöhe von 2,55 m gestaltet und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Angeboten werden 1-5 Zimmerwohnungen, sodass im Perlacher Grün Kaufinteressenten in den unterschiedlichsten Lebenssituationen fündig werden. Unser Objekt bietet Wohneigentum für Jung und Alt, Familien und Singles. Für den Standort München-Alt-Perlach sprechen eine ganze Reihe von Pluspunkten, die für die Bewohner ein hohes Maß an Lebensqualität bedeuten. Er zeichnet sich durch ein gesundes Umfeld, Nähe zur Natur und gute Verkehrsanbindungen aus. Eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten, Ärzten, Schulen und Kindergärten stehen umfassend zur Verfügung und sind rasch zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir Ihnen hier wertvolles Wohneigentum anbieten können – in dieser einmalig schönen Stadt. Besonders gut auf den Punkt gebracht hat dies der Schriftsteller Eugen Roth mit seinem berühmten Zitat »Vom Ernst des Lebens halb verschont ist der schon, der in München wohnt«. Weitere Informationen finden Sie online auf www.demos.de, auf unseren Social-Media-Kanälen oder direkt vor Ort im Verkaufsbüro an der Hochäckerstraße. Das Verkaufsteam der Demos und INDUVO freut sich auf Sie! Das Verkaufsteam der Demos und in München. Das Verkaufsteam der Demos und in München. Das Verkaufsteam der Demos und in München.